hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei modbox ja mein lieben der ex das mal wieder am stadt ich grüße euch und ja ich stelle euch heute mal einen extra gewaganten mod vor könnte man sagen gleich schwab den mod gibt es in der version 1.0.1.0 und kommt von urn gdl meine lieben und ja ihr fragt euch natürlich was es ist deswegen schauen wir gleich mal in den händler herein und da geht ihr unter platzierbare objekte bei dekorationen und da seht ihr eine mysterie nennt sich das ganze und ja ihr wollt natürlich wissen was das ist es ist ein fahrgeschäft meine lieben ein fahrgeschäft ja das ganze kann man platzieren wie wir hier schon gesehen haben und gibt es das ganze 1490 liegt einfach an und dann könnt ihr hinsetzen wo ihr wollt das ganze ist ganz klar land muss euch gehören und dann funktioniert das auch und jetzt schauen wir uns das ganze natürlich mal in der verarbeitung an man muss sagen an sich gut verarbeitet wir sind hier vorne schön kann man stehen bleiben kann man zu gucken und wir gehen natürlich auch einmal hinauf wir machen dazu mal 11 1 auf damit ihr seht was man hier machen kann beziehungsweise was man hier nicht machen kann denn ja wie ihr seht wir können hier durchlaufen einem drum und dran und können hier leider nicht drauf steigen es heißt quasi der mod ist einzig und allein zu dekorationszwecken könnte man sagen wenn man jetzt zum beispiel man hat ein kleines dorffest vor oder sondergleichen und möchte da eine kirmes veranstalten da ist dieser mod eigentlich sehr sehr cool geeignet und eine kleinigkeit können wir machen dazu müssen wir allerdings mal hier reingehen ihr seht es wir glitschen hier natürlich auch durch die tür das ist jetzt nicht gar so schön allerdings ihr seht hier vorne wir können das licht anschalten meine lieben und wenn man da mal weiter weg gehen und uns das ganze anschauen dann sehen wir natürlich auch das ding funkelt und strahlt und macht und tut in der nacht natürlich sehr sehr schön mit anzuschauen allerdings ja ich muss sagen hier hätte ich mir gern schon funktion gewünscht sicherlich nicht das einfachste zu gestalten und technisch gesehen oder moderisch gesehen allerdings wäre das schon echt cool gewesen so im großen und ganzen muss man sagen ich finde es durchaus ein cooles gimmick was man mit einbauen kann man muss natürlich sagen er hat schon ja einen kleinen fehler allerdings jetzt auf dem server nicht gravierend das heißt man kann ihn durchaus auf den server laden und spaß haben meine lieben das ist soweit wie ich gesehen habe bloß wieder leerzeichen fehler und ja das ist halt ein leerzeichen fehler kennen wir alle und mehr gibt es da in dem sinne nicht dazu zu sagen man könnte sich vielleicht wünschen dass dieser mod in der nächsten version vielleicht animiert ist oder auch nicht na vielleicht noch ein paar soundkulissen dahinter oder sondergleichen wenn es euch gefallen hat meine lieben dann lasst gerne das däumchen da und freut euch auf die nächste mod vorstellung in diesem sinne sage ich erstmal tschüss und tschau bis zum nächsten mal